Da wollen wir mal schauen, was uns diese 11 Minuten lange Strecke so alles so bringt. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen, zu gucken, ob sich irgendwie das geändert hat, ob es eine Strecke mehr Geld bringt, als die, die vorher ausgewählt war für die Busse und Fahrer. Wäre natürlich clever gewesen, aber man kann ja auch nicht alles und los geht's zu mal wieder nach Nutri-War-Whatever. Ich habe es wieder vergessen, hoppala. Zum Forschungslabor auf alle Fälle. Und das haben wir da auch. Und direkt wieder rechts abbiegen. Mhm. 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 Zum Glück fahren wir dort nur hin um... Mal gucken. Ich bin aber spannend, wieviel die Strecke bringt. An Euros. Ich bin aber auch schon mal groß. Hoffentlich viel. Dann lohnt sich das auch mal mit dem Erdgasbus. Vor allem müssen wir die Strecke nachher auch mal mit dem Erdgasbus fahren. Das heißt, wir brauchen theoretisch so um die 700.000. Ähm. Huch. Schon mal wieder fast verpasst. So ne fiese Schrecke. So ne fiese Schrecke. Oh ne fiese. So, gerade Dreck aus der Kurve. Äh, aus dem... Außer Boden, Dunnel, Welle, Gedöns. Scheiß, Dreck aber auch. Okay. Ich schaff das. Ohne weiteren Probleme, ohne weiteren Schaden. Ohne weiteren Probleme, ohne weiteren Schaden. Nutri-Hall war das, genau. Bisher, 3 Sterne. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte, Standard. Kommt sofort. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine... Weißt du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Danke. Fahrkarte. Okay. Hä? Heißt man sieht auch... Was? Man sieht jetzt schon, dass es drei Schwarzfahrer gibt? Wo hab ich denn... Jetzt bin ich gespannt. Hier. Wat? Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Okay, achte noch nie mal zwischendurch auf die Schwarzfahrer. Wir können mehr warten. Hm. Faszinierend. Wenn wir schon mal dabei sind, fahre ich gleich mit. Juhu. Was stimmt denn hier so? Faszinierend. Guck, dass wir das auch jetzt wissen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ups. Äh... Tag. Tag. Sehen wir. Drucken. Bitteschön. Oh. Nächster Stopp. Fischgrund. Juhu. Vorfahrtsstraße. Fahr. Fahr. Hm. Okay. Ab nach Seaside Valley. Linksabbiegen. Da kommt gerade einer. Egal. Ähm. Ist ja auch schon ne schöne Stadt, ne? Also schön gemacht. Abwechslungreich. Nicht nur eben. Hügelig. Mit Bergen im Hintergrund. Und... Eigentlich kommen wir mal von hier. Okay, 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 okay. Alles im Griff. Gerade so, aber alles im Griff. Herzlich willkommen ist die Seaside Valley. Ich bin mal gespannt, ob ich das mit den 85% denn auch gleich schon habe. So. Ich erinnere mich keinem lassen schon mal, wie viel ich angeschlossen habe und wie viel nicht. Eieiei. So. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Kommt sofort. Danke. Bitte. Hier, bitte. Na klar. Hier, Augenblick. Na klar. Oh nein. Ich hab sie vergessen. Hier. Hier. War da gerade Müll? Dann ab zur Flusspromenade Wenigstens mit Ampelanlage. Ist ja nicht ganz so chaotisch. Bestimmt organisierter ist es dann. Oh, rote Sofa. Ja. Hey, jetzt hab ich mit dem Telefon aus Skyped. Ich hab nur von den Devil in Achtigung bekommen. Nein. Sehr pünktlich, danke. Ach, game is shaming. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ich liebe die Sonne. Tschüss. Tschüss. Ey, ey, ey. Ab geht zum alten Siegewerk. Nächster Halt. Altes Sägewerk. Ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Okay. Bei Rot soll man anhalten. Ja, ich hab das gerade auf grün gesehen und dann war es plötzlich rot. Und jetzt kam mir das so vor. Sorry. Einmal entfuck ich so vor. Was the fuck? War das nicht gerade in grün? Oder bin ich einfach nur blind gewesen? Ach, die letzte Folge vom Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Nächster Halt. Altes Sägewerk. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Okay. Hups, komm sofort. Danke. Bitte. Kannst du eine Fahrkarte haben? Ja, kannst du gerne haben. Danke. Oh, ich will Zentrum natürlich. Du lich. Hier im Boot kann ich hin. Die Strecke ist in der Nähe der Strecke. Ja, so sind wir, so sind wir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Lachichstraße, okay. Nächster Halt, Blickwald, Lachichstraße. Tschüss. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, jawohl. Ich brauche eine Fahrkarte. Keine Fahrkarte. Oh ja, wie eigentlich dieses Chaos wieder. Ach, Fahr doch vor. Oh, oh. Lachichstraße. 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 Oh. Hmm. Hmm. Oooohohohohohohohoh Nächster Hall, Siegwald! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ne Archtstraße. Achso, da hinten müssen wir jetzt drehen. Ja, die Scheiße. Aber es wird ne schönes Drehen. Einzelstudent, zwei Stück. Danke! Fahrkarte Eine Fahrkarte bitte Eine Fahrkarte bitte Eine Fahrkarte So werden wir nicht Masse, ich hab Zeit Da kann ich noch mal kurz abchecken Na klar Was? Na klar Geh sie mich auf den Stag Na klar Na klar Sechs Minuten Zeit, holla die Waldfee Hupala Wir brauchen garantiert nur 3 Oder 4 Oh nein Oh nein Ist jemand müde? So Anfänger Den Mein Fehler, du kannst auch nicht fahren, wenn du willst, oder auch nicht. Kann ich nachvollziehen. Vorhin ging mir was mit. Hoppala. Da kann ich fast Gold richtig machen, was die Bonifat angeht. Das ist aber auch ein guter Spot, wenn man hier endlich mal raus ist, dann fährt man nur noch geradeaus. Dann hat man halt auch kaum Zeit, die drauf geht. Nur halt jetzt beim Warten geht halt viel Zeit drauf, wenn man halt warten muss. Hm, ja. Makes sense. Was ist das? Ich habe euch nicht gesehen, weil ich es und ich finde, dass ich es nicht mehr hinterfahre isst. mal gucken ein paar sogar nein mal gucken wie viel wir jetzt gleich haben du kannst mich mal am Arsch lächeln, du Vollidiot wie viel wir jetzt gerade insgesamt haben, wir sind gerade bei knapp 20.000 und wir fahren auch ein gutes Stück ich bin mal gespannt es kann eine preisbringende Tour geben hier ist die Fahrkarte und hier ist das so hier 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 Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Hoppala. Ähm. Was passiert hier gerade? Really? Ich konnte gerade irgendwie nicht blinken. Aber ich bin irgendwie auf Ende gekommen. Keine Ahnung, wo das gerade war, war ein bisschen merkwürdig. So mal, geht er weg? Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Welche ich würde scheinbar jetzt sein? Wollt ihr mich verkehren? So, Fahrkarte. Wache. Bitte. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Waren da kein Wochenticket? Beide aus Kleingeld auspüßt. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Jetzt ist er wohl schnell weg hier. Eieiei, gerade so geschafft. Ich bin wirklich beim Seerberg anzukommen. Ich weiß es nicht. Hey, haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Nee. Ambus hat sich vom Geist abgelenkt. Sei mir dankbar. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Das wird teuer, mein Freund. Danke. Flusspromenade, jawohl. Zwei Minuten knapp. Wird knapp. Glaube ich, wird knapp. Ja, ich hab kein Schlagloch-Suchgerät, bevor du wieder fragst. Schöne Amperanlage. Diesmal nehmen wir sie vielleicht auch mal grün und nicht mal rot. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägeberg durchgefeiert. Ich bin müde, müde. Okay, dann schaffen wir es doch pünktlich zur Flusspromenade. Ich habe nicht so ganz damit gerechnet. Aber auch noch nicht so ganz. Hier wird bestimmt irgendjemand aussteigen, wenn der im Gang steht. Die Ampel nehmen wir noch mit, die Ampel nehmen wir noch mit. Ich bin zu viel losgefahren, verdammt. Wann habe ich es verdient zu warten? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einige Fahrkarten Entschuldigung Bitte Aber sicher doch Nächster Halt, Kornstraße Nacktentschuldigung Kornstraße Die Fahrt müssen wir links oder rechts? Ich glaube wir müssen links Um geradeaus fahren zu können Jawohl Perrrrfekt Nur ein bisschen zu früh wieder mal Allerdings, man weiß ja nicht Wir sind ja mal Graf, weil da kann ja Da kann man ja warten bis zum Grund fallen Okay Okay Bist du eine Fahrkarte haben? Aber natürlich Bitte Bitte Die Windräder stehen still, das führt dann jetzt erst auf Bist du eine Fahrkarte Bist du eine Fahrkarte? Ja Nächster Halt, Zutuivor, Forschung zu Ruhe. Entstation, bitte alle aussteigen. Und Schusskowski Alles war hervorragend Ich bin mal gespannt. Katsching, in Chief Unlocked. 35.000, okay. Okay Und Und Level Up Level Up Puuuuh Aber wir haben noch nicht geniegen Kohle Ach, die mit Fahrern Einkommen generieren. Boah Boah Nehm ich einen hiervon nochmal weg Boah Wann kommt denn erstmal hier noch wer zu? Jaaaa wir fahren noch ein paar mal Boah